ja und damit morgen mittag und guten bleib mal bleib mal ganz locker hier bleibt morgen mittag und guten abend da draußen zum ketten massaker wie ist der film ich weiß ich gar nicht mehr aber ist ja auch egal wir spielen jetzt auf war 4 natürlich vogel mal wieder am start und wir zocken die story weiter ihr seid ja so scharf darauf ich bin mal ein bisschen manier der letzte folge war jetzt finde ich ziemlich gut oder also die hat mir richtig spaß gemacht also gab viel zu sehen tolle cutscenes also ich fand es geil also ich möchte jetzt auch eigentlich heraus aus der bude und möchte loslegen ich mache jetzt hier ich drücke jetzt in ach du scheiße das ist nämlich eine begrüßen kann ich mal direkt eben wegsäbeln wie wir beide das tod oder daumen gewesen ich will auch noch mal wegsäbeln aber jeder hat jetzt die waffe jeder will auf einmal wegsäbeln wir müssen zum truck da ist der schrauber hat habe ich ja schon vermisst das letzte folge können wir da runter springen oder oder zielt hier her wir müssen den kaputt haben wir am ende kaputt schießen ja ja habe ich mitgekriegt ist ja meine halbe deckung aber schießen du bei denen hat er irgendwelche markanten dinge vielleicht oben auf diese dinge schießen ist ein alter selder veteran dann weißt du ja ja auch alle leuchten dinger dann dann weiß ich gut so schön dass ich spiele manchmal so sehr ähneln so ok ich hab's jawohl was kommt ja und nö was ist das ach so ich zersäbel mir ein ich würde ich nein ich konnte nicht zersäbeln stattdessen hat er mich k.o. gehauen kann mir jemand helfen dankeschön ja das zu säbeln ist aber gar nicht so leicht wie man immer denkt ne gerade weil sich dann auch die steuerung so so komplett anders ist so natürlich habe ich brandgranaten hier du wixer so spielst du hast ja ok ja ok ich würde gerade sagen hey aber hast ja recht wir können auch mal hier gewaltausdrücke verwenden hast ja recht so geil was ja alles zum bruch geht ne finde ich folge ja ich stehe und dann scheiße mal die tür eintreten ne anscheinend ist noch ein übung gibt noch linke seite der hoher ist es wieder jetzt am besten immer noch mal so haa deckung tony war du schießt jetzt raketen aufpassen wo die fliegen hier aber haarscharf an mir vorbei bei mir auch da kommen wir muss jetzt gleich mich hat erwischt mich hat erwischt er kommt schon dankeschön papa dankeschön papa achten ja die flugseite gewechselt auch die andere seite von dir junge jetzt 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 hat aber gleich die schnauze voll voll drauf jetzt haben wir ja sehr gut mein gott packender anfang hier direkt zum start ich will die tür eintreten ich will die tür eintreten ach verdammt hier hat man keine ruhe und kugeln vorsicht die kugeln überraschen mich immer wenn du irgendwie so im zielmodus bist oder so oder nicht dran denkst dann kommt immer diese dämlichen kugeln angerollt achtung 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 springt er weg super lohnt sich die waffen mitzunehmen nimmste ich brauch mal muni gibt liegt hier irgendwo muni ja hier danke wie ist da unten ganz schön oft gelungen kann er sein ich sehe auch gerade dass wir zwei geht davon gesetzt da habe ich weg gemacht ist ganz schön nebelig ich sehe kaum was ja ja leute schnell raus hier oh mann ich wollte gerade die munition einsammeln war das der umschrauber wir sind getrennt wie wir sind getrennt bist du hier neben mir ist gut ich wollte gerade die munition einsammeln da kam dieses blöde ding ey oh was haben wir denn hier ist ein lagerplan glaub ich oh ein sammlerstück gefunden wie nett und hier haben wir nochmal munition für die lancer oh das ist atmosphärisch geil oh das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen jungs wie wärs wenn wir über etwas anderes reden das monster vielleicht das gerade mit unseren freunden abgerauscht ist wir kümmern uns darum sobald wir hier raus sind los jetzt Kopf einziehen hier da vorne hat sich was bewegt oder ah ne das seid ihr ok das ist cool ich hab nichts gesagt wenn wir glück haben wird jinn glauben dass wir es nicht raus geschafft haben sie wird trotzdem alles absuchen darum kümmern wir uns dann oh iiii spinnnetze iiii 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 oh iiii ja spinnnetze gehen ja wohl gar nicht ne also FSK 21 bitteschön oh so langsam zu langsam kenne ich mich jetzt hier aus ich glaube ich nehme jetzt mal eine Longshot und werde mal hier ein paar Köpfe rollen lassen also eigentlich hätte das einer werden müssen und wo schieben wir denn ich bin aber auch gerade irgendwie kriegsblind kennst du das du bist kriegsblind du siehst überall geballert und wenn du dann mit der Waffe zu umst, findest du keinen mehr den hast du gut manchmal geht es auch ohne zu ist immer so ne du nimmst auch immer alles was blinkt oder da kommt noch mehr ne und halt mal deine Dingswaffe bereit das sind die Kugeln ja Kugeln erst wenn die Kugeln weg sind ja ok äh ich glaube ne Kugel ist gerade nach oben gekommen ne ok sah am Winkel so aus und den fetten hier immer schön auf die Rübe wow Achtung der kommt gleich angesprungen und jetzt den da oben ah fuck mich jetzt erwischt neben mir war ein Roboter boah boah mach dich weg da ist ne Kugel boah alter was ist denn jetzt hier los der Roboter ist schon hier oben der ist heftig der will es unbedingt wissen ok ich hab ihn ja jetzt das Fliegeding das Fliegedingsbox Pass auf hinter dieses Reviere ne was oah sag das doch ich seh es nur noch äh hab ich doch knallt hier ok jetzt kommt Schild ist in Down Attacke aah fängt er wieder an ey der ist ja schon kaputt junger du musst nachladen ich auch nur wieder oh jetzt aber jetzt ist weg alle Mann durch das Gewächshaus warte mal mal gucken hier ist der Overkill ne ich möchte gern schon meine Waffe behalten hast du irgendwo noch Munition rumkollern? ähm sehen tue ich nichts ne ne hier so das sieht so schön aus hier rechts hier ist Muni rechts 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 wo bist du denn? ach da hier ach du hast ja die dicke Wummi geknallt alles klar ist denn das hier ein Gewächshaus? ja und da kommt doch schon wieder was Fliegendes an das gibt's ja nicht dass man hier aber auch keine Ruhe hat jetzt fängt die schon an hier im Gewächshaus rumzufangen aber auf jeden Fall bis jetzt schon sehr abhängig reiche Settings gefällt mir ja für die Live-Zuschauer die gerade reingeschaltet haben Dankeschön fürs Einschalten wenn ihr die Story komplett sehen wollt oder auch die Multiplayer-Matches dann einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen und dort das Ganze von Anfang an schauen macht vielleicht mehr Sinn nicht wundern die ersten drei Parts sind leider ein bisschen mit Ton versetzt jetzt sollte es aber mittlerweile gehen aufgrund von Twitch da kommt ein Landungsschiff da kommt ein Landungsschiff wo wir sagen, lebt der noch oder nicht? aber das war noch eine Leiche von jemand anderem der ist auch matschi ich muss mal kurz machen äh ja 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 warte mal erst wenn ich den einen ein bisschen beschädigt habe okay doch nicht ähm ich komm nicht rüber Hilfe der hat mich erwischt Helfen mir Markus muss ich gleich wieder überlegen ja 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 diese blöden hässlichen okay der eine kommt gleich angerannt Achtung oh alle beide? ja beide spring weg gut mein Gott oh warte mal den schnapp ich mir mit äh Dings sehr schön so ich freu mich schon wenn wieder fleischige Gegner kommen weißt du so das Metall entgegen äh das befriedigt mich einfach nicht ich brauch fleisch nein das war der falsche Lenzer weißt du das ist wie wenn du jetzt hier irgendwie Tofu Gegner hättest das macht einfach nicht das macht einfach keinen Sinn wir brauchen fleisch ähm kann das sein dass hier gerade so ein Sturm wieder auftaucht ja oh hier ist ein Traktor lassen sie den Traktor nehmen Landwirtschaftssimulator 2018 Gears of Worcester wo bist du denn eigentlich? bist du schon so weit vorher ran? ja bei Markus wo ist das schon vorläuft ja und du sollst das genießen ich möchte auch einfach mal was genießen wir rennen wir zu schnell und wo Markus wenn Markus die Treppe äh die Treppe runterspringt springt sie auch in naja ja ja erst mal ein Vorbild hier komm mach die Tür jetzt hier auf ich hätt wirklich eh auf dich warten müssen da wollt ihr wieder allein denn nicht mehr so ein Holztor aufkriegst typisch Frau ey auch kommen selbst hier drinnen oder was ist aber gut hier manchmal übertreibend ist aber auch wirklich ohne nicht die fliege dingsbums ich werfe meine granate richtet die was aus bei dem fliege dinge weiß ich nicht wenn du triffst ich probier's mal ja der hat meine deckung weggeballert bin mir nicht sicher ob es was ausrichtet ich hau erstmal das schild jetzt da noch mal drauf und da war ich glaube den ersten haben wir jetzt gleich na jetzt hat er wieder die schilder aber ich habe weiter drauf jetzt wird auch nebenbei die anderen rocke klar alle rauf da alles klar ja okay der erste ist dann sehr schön jemand direkt munition mitnehmen freue mich ja schon auf die nächste kathien die sind echt gut gemacht ja wirklich ja bei halo mochte ich auch mal die kathien da hat man sich immer richtig drauf gefreut ne komm schon jetzt so was liegt denn hier so rum dass wieder der vollstrecker da war wie eine ist meine tomaten die sturmbrot lässt nicht nach wir müssen los nein wir verschanzen uns hier wir haben aus aber ist diese bude nicht etwas zu fälsern die hell alter falter und der flieger wird jetzt ja alles klar aber man kann das sein dass das hier die multiplayer map ist könnte sein ja eine von vielen nörder da sieht doch der ladebildschirm genau so aus eigentlich richtig mit den abgestürzten trug was hier so brennt ich will nichts hören oh man ja mark ist es ganz schön angepisst ne so ist es wenn man alt ist ja der hat einfach kein bock der wollte einfach nur seine rente genießen weißt du was er sehen da saß schön zu hause an seinen kamin geile setting hier wieder ich könnte mir mal deine hilfe gebrauchen ja so ein bisschen stetig alleine so blöde hier muss die frau es kommen ja ja ich krieg wir nicht packen ja und die laufen jetzt einfach ja auch auf einmal kann ich alleine tragen hätte ich die ganze schade nicht mehr coole so oh warst du das? hast du wieder was abgeschossen? aber ne ne der ist in den propeller reingelaufen ah alles klar arme kerr junge oh hier was sind was wo sind gegner ach so das ist bei mir grad ein Fehler die dinger sind echt unheimlich ich habe sie gewarnt als sie hirfen im betriebsen eh ne longshot oooooooooooohm ja nehme ich mit wohl ich habe ja schon eine munition quasi Wow Das sind schon wieder hier Ach, war ja klar Longshot in die Hand und Action Zack und den Kopf weg Zack und den Kopf weg Und das geht jetzt in einer Tour so Glaube ich, hoffe ich Ähm, Fliegeding da oben Das machen wir mal erstmal so weg Mach hin, mach hin, mach hin Zack und gleich nochmal wechseln Ah, verdammt Ja, ja, machen wir das schon Machen wir das schon Bleib mal ganz ruhig hier Ah, das war ja auch voll mies geladen Oh, hi Ja, den schnapp ich mir Na, wenn ich mich jetzt nicht Ach Schweinebriestler Wo ist er denn jetzt hin? Hochgespringt Sehr gut Ja, ich hab so ein bisschen was an der Seite rausgeblitzen sehen Da hinten ist nur einer Ach Reaktion ist halt wie eine Bockwurst, Tony Ich gucke mal ein bisschen weiter vor Ach Ach Du blöder Penner Guckt erst links, dann wieder rechts, weißt du Und jetzt hat mich irgendwer geschossen Und er voll verzogen Ach ja, Tony Also Gut, dass wir hier nicht in Sniper-Elite sind Klar, ich glaube die einzige Slow-Motion-Animation wäre Wie ich, äh, zwei Meter, äh Keine Ahnung, das Kaninchen daneben töte Weißt du was? Bis ziehen? Ja, ich geht's hin So Ausgeblecht bückt es hier Komm her, her Warte mal, kann ich den nicht ziehen? Du hast ja mal gesagt, ich kann den ziehen, ne? Ach so nicht, Tony, so nicht Genau Nur wenn er direkt gegenüber ist, ne? So über die Seite geht nicht ziehen, ne? Schade eigentlich Nee Was ist hier? Kann ich hier irgendwas? Die Windmühle, das ist unser Ziel Ich dachte, wir gehen zu einer Scheune Tun wir auch, die Windmühle ist gleich daneben Das ist wieder typisch, Frau Ich dachte, wir gehen zu einer Scheune Das ist wie beim Einkaufen, weißt du? Komm, lass uns mal zum Mediamarkt Hey, ich dachte, wir gehen zum Schuhladen Ja, der Mediamarkt ist daneben Mama hat es ihr geliebt Ich bin froh, dass sie es nie so sehen musste Da bist du nicht allein Oh Kommt schon, wir sind fast da Hatte fast vergessen, wie groß das hier ist Tja, naja, es wird mit jeder Sekunde kleiner Hey, was war das? Oh, oh, ein Hubschrauber wieder Ach du Scheiße Ne, jetzt aber Genug mit Mike B Das war schon, das ging ja Das sieht voll schön aus Kapitel 2 Ne, Akt 2, Kapitel 3 Plan B Wo bist du? Da kommt Verfolger! Hier vorne Da kommt jetzt schon wieder welche Ja klar Da kann doch nicht wahr sein, ja Hier ist die gute Pause Ja, weißt du, du willst einfach mal nur ganz kurz ein kleines Picknick machen jetzt eine Kugel Weißt du, und Joe Wo kommen sie wieder angerollt, diese Blechbüchsen hier Kann da nicht wahr sein Aber grafisch muss ich echt sagen, gefällt mir der Titel wirklich echt gut Ja Also Kann ich immer wieder Es ist immer, diese Kugel hat doch auch irgendwas gegen mich, ey Schon dreimal weggesprungen und die rollt immer noch hinter mir her Wie so ein Hast du die gerade getreten? Ja Wie kann man die treten? Mit der ganz normalen Schlagtaste? Das nochmal B drücken Ich möchte auch gerne mal so Fußball machen mit denen Na, ich glaube, du hast nicht möglich Ähm, ich glaube, ich habe hier Besuch neben mir, ne? Au, 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 au Großer, ne? Ach du Scheiße Ja, und Tony trifft nur nicht mal, wenn sie 2 Meter davor holen Ach, du, der Große kommt Ja Auf mich hat das nicht abgesehen Ne, wow, auf den KI-Kollegen Jetzt klaut er mal wieder die fette Waffe Du, elender das war jetzt ja 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 wie immer wie immer unbeabsicht klaut mir jedes mal die waffe blinkt was auf dem boden zack der vogel alter auf mich ist fast ein auto geflogen das war knapp ich glaube das war auch nicht vom spiel geplant oder dass er so mann 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 der hubschrauber der hat nichts zu lachen hier achtung der schießt wieder raketen das auto hält aber stand auf wiederbelebung ja ich glaube die kollegen kommt schon aber so blöd ist die kann ich nicht wir zocken dass auf den normalen sprich jetzt gerade so kann man schon vorstellen dass das auf hart ziemlich fordernd ist ja wahnsinnig ist schon schwer stimmt wohl da musst du schon viel mit taktik stecken wir mal ganz viel ein oder ich wollte sagen er macht auch ganz gut schaden meine güte meine munition ist vererde oh gut wo ich glaube der hat uns im weg freigemacht wunderbar so ist munition die zufülle liebe lauf ich hole dich mit meiner kettensäge wo denn seht ihr schon mehr als ich da hinten die bäume bewegen sich aber ja doch da da hinten ist so ein klein wind klein hauch da mal ich muss das hier genießen gerade wie wunderschön dieses licht durch diese lichtung geht traum wir sind schon wieder bei 24 minuten also gott ich glaube ich krieg's mir mal einen kurzen paar zu machen aber egal den leuten da draußen macht spaß mir macht spaß dir macht spaß deine oma macht spaß hat sie mir geht wieder auf deine oma was jetzt ziehen wir das feuer auf uns james welche seite willst du ich gehe rechts wir gehen nach rechts ihr geht nach links sind dran jetzt sind wir getrennt ne ja oh man macht keinen scheiß darüber auf deiner seite ne auf jeden fall schießt die orangenen zäune ab orangen schnittsäune ja die orangen schnittsäune ich habe keine orangen schnittsäune ich sag's dir nur sechs tippen aber es ist ganz schön windig hatte ich kann dir helfen warte jetzt guckt was auf äh ja ja aber lass mich auch was zum abschießen ich will das selber machen ich hatte nur ein beispiel gezeigt wir brauchen jede beispiele ich bin ein gearsong diese scheiß fliegedinger dass die so viel einstecken müssen boah ich hab jetzt ne fette mg kann dich jetzt von einer seite unterstützen oh da ist munition das brauche ich noch genau was ich brauche diese zäune soll ich abschließen ne ne moment mal das ist ein ganz normales tor ja die müssen orange sein die tür geht nicht auf oder kann ich noch nicht weiter na ich sollte meine Wäden hier drüben besiegen oh du schläfst wieder da drüben ja war ja wieder klar ich will wieder auf dich warten müssen obwohl ich auf der anderen seite bin so komm mal hin das ist besser als echt scheiße ach so ah ich seh schon ich muss von der anderen seite das tor kaputt schießen warte ah natürlich muss ich wieder warten au au sag doch was jetzt hab ich wegen dir den Zaun vom Kopf gekriegt oh mir kommt grad hier den ganzen Plunter entgegen verstehst du ich krieg hier wieder alles ins gesicht wegen dir du musst mir dann wenn du deine seite fertig hast auch gleich helfen du musst dann wieso hier ist ja wieder so ein tor was nicht geht ne da oben scheiße das tor ist auch blockiert marcus jd helft uns mal ah ich seh schon ja marcus jd ja ja ich machs kaputt hier ja viel spaß danke das heule nigrom hier das hab ich immer was kaputt gemacht ja wie haha bhm 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 das gefällt mir das hat alles alles gepasst hey bei den Sturmen da ist auch gar nicht so leicht äh klar zu denken oh f*** Alter was ist denn hier los ey der Sturm wird immer heftiger oder jah das ist ja müh wegen kannst du den nicht scheiße longshot habe ich keine munition mehr Ich habe einen fetten bei mir jetzt. Das ist super. Das ist natürlich super. Oh fuck, mich hat es erwischt. Wo ist mein Kollege? Da. Super Kollege. Aber ich glaube den fetten haben wir jetzt. Den haben wir jetzt soweit. Du musst auch aufpassen, wenn du Granaten wirfst. Wir werden jetzt auch beeinträchtigt. Ja, okay. Na gut, bei dem Wind. Kein Wunder. Ich versuche es einfach mal. Oh mein Gott. Ich habe da hinten noch was zum kaputt schießen. Oh, ich glaube das hat so... Oh, the fuck. Wie kann man es mal so in Auto geflogen? Nice one. Oh, hier ist auch was zum... Oh toll, das hätte ich vorher sehen müssen. Nee, das geht gar nicht. Doch, geht. Ein bisschen gedauert. Komm mal raus aus der Deckung, du blöder Penner. Kommst du gut voran? Ja. Ich bin gleich mehr hier. Oh, mich hat es erwischt, mich hat es erwischt, mich hat es erwischt. Gut. Ich bin auch gleich oben. Auf mich schießt gerade dieses dämliche Fliegeding. Ich probiere auch mal eine Granate. Ach du Scheiße, wie willst du hier eine Granate werfen? Oh toll, die kommt direkt zurück. Die kommt direkt wieder zu mir geflogen. Läuft. Wenn das wäre jetzt was geworden. Ja, ich sah nur noch wie so ein Bumerang zurückkommt. Scheiße Fliegeding ey. So, ich bin genau hinter dem Fliegeding. Ja, sehr schön. Ich schieße nämlich grad von vorne ab. Aua. Mein Gott. Äh, keine Muni mehr, ja? Ich muss jetzt grad mit der Handfeuerwache. Mach hier grad nen Akkord nachladen. Jo. Lebt der hier noch oder? Ja doch. Ne, er ist tot. Kannst du hier auch mal das fette MG nehmen. Ne, ne. Ich hab mir hier die Munition an. Ich brauch jetzt nix fettes. Bei denen Sturm. Ne, nicht den Vorstrecker. Gut. So, komm hier. Tür auf. Oh, Mann ey. Alter. Wuppt das Ding hier auf. Oh fuck. Nicht treffen lassen. Achso, ich dachte, ich sollte jetzt da reingehen. Ja, komm. Äh, fuck, 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 fuck. Ja, du bist gut. Nicht treffen lassen. Die Dinger kommen irgendwie automatisch zu mir. Und nicht doch. Nicht doch. Die erwischen mich. Warte, 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 warte. Ich hab's geschafft. Ah. Okay. Super. Super. Kacin. Kacin. Oh, ganz schön umzingelt oder? Und noch ein Hubschrauber. Hör doch auf. Sie wurden also umzingelt. Wie erwartet. Alles steht in Flammen. Ihr zu Hause nun ja. Ist zerstört. Nichts davon bereitet mir Freude. Aber wenn sie nicht rauskommen und zwar umgehend, bin ich nicht verantwortlich für das, was gleich passiert. Ihnen oder Ihrem Sohn. Ich würde sagen, das Tor war so eingeblendet, als ob da gleich was durchprescht. Ich hab's geahnt. Ey, wie geil. Cooles Ziel. Können wir jetzt fahren? Nee, das ist ne Fahrzeugsequenz. Ja. Ich muss tatsächlich fahren und schießen. 1, 2, 3, 4. Ach hör auf, nicht fahren und schießen. Das kann ich nicht. Aber wir sind schon bei 31 Minuten. Ach du Scheiße, ist das geil. Ja, wir müssen leider überziehen. Ach du, what the fuck. Ja, ja, ich schieße auch erstmal nicht. Ich fahre erstmal nur. Wo bist du eigentlich? Hinter dir. Ah, okay. Lässt mich wieder vorfahren, ja? Ach du Scheiße, Olaf. Ey, ich mach das für dich. Muss ich da durchfahren oder muss ich das eigentlich wegschießen? Wegschießen. Oh, okay. Oh, jetzt hast du mich überholt. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ho, ho. Oh, fuck. Jetzt bin ich wieder vor dir. Ist ja crazy. Ist das crazy. Ähm, ich glaube wir müssen den Bomben ausweichen, ne? Ich würde das mal fast erwarten. Ja, hast du nicht ganz unrecht. Gleich dir das auch. Boah. Alter, Alter, hör auf. Deine Mutter hier. Ach, die bombe dich weg. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang. Da. Durch den Wald. Pass auf die Bäume auf. Durch die Bäume auf. Durch die Bäume. Jetzt erzähl mir nicht, dass es im Wald Bäume gibt. Au, da war ja ein Roboter. Oh. Fuck, 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 fuck. Nein, hör auf. Warum machst du denn sowas? Ich bin so schön durch. Du ziehst uns einfach nach unten. Du machst jetzt eine künstliche Überlänge hier. Das kann nicht dein Ernst sein. Ihr seht's wieder, Leute. Ihr seht's wieder. Ihr seht's wieder. Der Vogelmann. Der muss alles in die Länge ziehen. Der kann nicht fahren und schießen gleichzeitig. Ich hab's gewusst. Nee, ich kann nicht fahren. Ja, das... Noch was dazu. Na gut, aber der Kontrollpunkt scheint ziemlich fair zu sein. Ist er auch. So ein bisschen Trail and Error ist das hier. Ja. Fahr nicht wieder gegen den Baum. Konzentrier dich. Nee, ich bin gegen den Stein gefahren. Nicht gegen den Baum. Oben noch. Einzigste Stein wahrscheinlich hier in dem Wald, wa? Alter. Fall da, ey. Das ist ja... Au, au, au. Das wird ganz schön eng hier. Das wird ganz schön eng hier. Ähm, soll ich schießen? Soll ich... Oh Gott. Um Gottes Willen. Jetzt kommt hier noch Feuer dazu. Wir halten noch so eine Landung nicht aus. Äh, pass ich hier durch? Ja. Und hier durch? Genau. Einfach durch. Ich mach ja einfach so Links-Rechts-Taktik. Pass auf! Das klappt immer. Oh fuck. Oh Gott. Jetzt werd ich aber fast. Liebe Leute, also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich hier noch Gruß spreche, das ist grad nicht so möglich. Okay, haben wir's? Kontrollpunkt erreicht. Jetzt schieß ich auf das Ding da oben, ne? Ja. Genau. Ja, ich schieß ja schon auf den... Ach, ich muss doch nachladen! Natürlich! Boah. Ich dachte, ich wäre jetzt ein Automatik nachladen, das hier drin ist. Ey, das ist ja... Das artet echt in Arbeit aus. Boah. Raketenausgleich. Das auch noch. Das muss man ausgleichen. Ja, toll. Ich krieg direkt Husten. Wir gehen ganz noch rauf? Ja. Ja, genau. Die Raketen haben wir hier. Da fühlt's mit. Äh, Tunnel, Tunnel. Okay, da. So. Ach du Scheiße. Oh, schöner Vollmond da. Okay, jetzt reicht's Enkel. Schenk dann auf andere Felder. Ja, ja. Ich nehmte erst das linke. Vielleicht schießen wir beide auf eins. Okay. Ich dachte wir machen beide auf eins, damit's schneller geht. Äh, es brennt schon meins. Trotzdem weiter drauf schießen. Äh, Bomben. 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 Okay. Ich glaub wir haben's. Ich glaub wir haben's. Ne. Ähm, du, das Ding. Auf die Waffen schießen, auf die Waffen. Das da? Das da? Ja. Nachladen. Ach Gott. Ich bin so voll unter Druck. Wo jetzt drauf? Wo jetzt drauf? Ach, du hast deine Waffen noch nicht kaputt gemacht? Oder hast du auch auf dem Ende liegt und geschossen? Ah, oh fuck. Ich glaub wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ja, ja. Da durch, da durch. Ne, da kommt was raus. Da kommt was raus. Ach so, in die Mitte. In die Mitte. In die Mitte. Ich glaub, jetzt aber. Jetzt. Wir kommen noch ein bisschen was rausgeflogen. Ähm, ähm. Ich weiß nicht mehr wo lang. Ja. Haha. Ähm. Bremsen. Oder drüber. Scheiße. Meine Fresse. Das war ein Spaß. Ja, was für ein Spaß. Verarschen oder was? Das ist absolute Überlänge hier in dieser, in diesem Video. Fast Mitternacht. Oh, jetzt sieht's aber gut ausliegen. Glaubst du, der Schwarm ist denn dieser Festung? Der was? Der Schwarm. Ja, so nennen wir sie jetzt. Der Schwarm also. Okay. Nein, glaub ich nicht. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Und zu. Wieso? Weil die Chorda nach dem Krieg ein paar tausend Locustleichen verschüttet hat. Wer neuer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir's dort heraus. Also los. Oh Mann ey. So. Wo? Guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Sonst hol ich immer... Die sprechen noch. Ey, ich kann jetzt hier keinen Cut machen, wenn die jetzt sprechen. Oder hört man das Gespräche dann das nächste Mal noch weiter? Ich glaub schon, ne? Sag was. Hier, Munitionstausch. Okay, liebe Leute. Äh, für alle Live-Show, die jetzt erst reingeschaltet haben, ja. Absolute Überlänge für diesen Part. Ansonsten könnt ihr das Ganze natürlich auf YouTube weiterverfolgen, die komplette Story. Ähm, Kugelmanns, sag tschüss, auf Wiedersehen. Hat's dir Spaß gemacht? Es hat Spaß gemacht, ja. Mach mehr. Oh mein Gott, er dreht sich, er dreht sich. Hör auf, sich zu drehen. Ja, mir auf jeden Fall auch. Und ich denke euch da draußen auch. Gebt das ganze Sache ein Like nach oben. Dankeschön für Like, Abos und Käsekuchen. Ihr seid wie immer die Größten. Und denkt dran, Story kommt alle zwei Tage auf YouTube. Und in den anderen zwei Tagen dazwischen kommt jeweils ein Multiplayer Dodgeball Match. Gerne auch mit euch zusammen. Dazu müsst ihr einfach nur unsere Gamer Tags adden über Xbox Live. Und wenn ihr seht, dass wir zocken, dann einfach dem Spiel beitreten. Das geht ja einfach auch so ohne irgendwelche lästigen Anfragen. Hörst du jetzt auf mit diesen blöden Waffenwechsel? Wenn ich das hier mache, das sieht aus, als ob du irgendwelche Zuckungen hast. Verstehst du? Das kannst du nicht machen. Das verwirrt die Leute da draußen. Ist das flüssig? Ja, das verwirrt die Leute. Das sieht nicht flüssig aus. So, ich mache jetzt Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Ja. Ein bisschen freundlicher. Mit Liebe. Tschüss Leute. Ich hab euch lieb. Ach komm, Alter. Jetzt denken die, ich mache ein Gay-Porno draus, ey. Macht's gut da draußen. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.